Alli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Death Forest im Koop Modus wir haben ja schon ein bisschen weiter gebaut mal schauen ob Peter die Tür findet ja 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 ist doch kein Problem ihr habt noch was schönes für dich gleichfalls hier unten auch Leser für dich oder darf ich ich hab den kannst du nehmen okay perff blech Fleisch ich gemeinsam immer aufhängen ja das mache ich jetzt glaube ich auch Inventar Inventar so irgendwo liegt noch ein bisschen Fleisch rum hast du dich hier gefunden ja das ist ja nicht schwierig oh eingespastete da unten auf bei dir auf 3 Uhr haki haki ne also nicht zu wenig Glühsert mir fehlt noch einer damit ich vollen Skin hab okay und fast nur noch die Hälfte an Energie das ist schnell verbraucht wobei Haki Haki ist ja das kann man ganz schnell ändern so Energie ist gefüllt so 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 warum rennt ihr weg Feigis auch hehehe oh shit haben die dich gerade geschlagen ja ah dann ist dann ist bei mir keiner ok weißt du was ich hasse an denen dass sie immer abhauen oh jetzt terrorisieren sie mich aber hier ich sieh aber deutlich mehr ich sieh aber deutlich mehr ja ja drück mal ey drück mal alt F4 da kannst du fliegen ja ich weiß schon ihr könnt's ja mal ausprobieren also ich werd's nicht tun hehehe und übrigens die haste von hier hast echt das Gefühl ich falle auf meine eigenen Tricks rein ist sie schon mal ne doch ne ne ja vielleicht aus Absicht oder so aber hm 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 ja garantiert hmm hm 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 und Spass ach wears ne und jed la um weil ich bei mir holen und schweig auch helfen ich gehe mal ein paar hellen und vierzig ok 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 auch schon noch größer auf auch hier ja ich komme denn egal dann nicht aber ich will das Fleisch aber zuerst brauchst du noch das halter wegnehmen bei mir ich komme aber rennen kann ich fast nicht Dankeschön oh ein gespastete da unten die kommen direkt auf mich zu ich hau mit zwei Baumstämmen auf meiner Schulter ab toll ok geil wie sich das jetzt gerade angehört hatte was da wo ah ey hier hinten kannst du noch einen mitnehmen oh die Teile da muss man nicht mehr zerhacken ii und das ist ein Mann ja kommt die bei ihm etwas amputiert oder so kommt auch irgendwie komisch raus Hilfe hinter mir schnell ich habe null Energie ja ich gehe auch so schnell ich kann nicht mal mehr rennen Energie holen hinter mir sind 3 4 5 aus diesem Grund ich gehe doch einfach zur Tür raus ich mache mich scheiß an dieses dumme Ding jedes Mal zu besuchen ha 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 nur brauche ich mal hierzu da kommst du nicht mehr raus ohne durch die Tür zu gehen dann fuck ich die Hütte ab lol bei meinem Inetau ist es brutal dunkel lol ich gehe mal was zu essen ja ja fleischi fleischi hast du Hunger hier liegt jede Menge Fleisch also wenn man die mal essen könnte dann hätten wir Vorrat für die nächsten 1000 Jahre okay du bist ja hier unten hey cool ich mache ihn aus dem Fenster ich werde hier mal noch ein Baum ach das ist der Backbaum nee der ist tot der ist nicht back okay das geht auch oh mein Inetau ist auch schon wieder voll mit Fleisch mal egal kann man ja später mal aufsammeln ey ja ich habe schon einen Baum angehackt ah ne du hackst ich nehme kann man ja ein klack 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 lol hier liegen grad zwei Baumstämme aufeinander klack toll um durch und soll ich dir als Merkzeichen bei der Tür so ne Flammenteil da machen dass du weißt wo dies stecken jetzt kommst du nämlich nicht mehr ohne die Tür raus doch doch glaubst du mir ja über den Stein oder über die Tür wer sagt dass ich überhaupt reingehe was ist wenn du Hunger hast oh shit lass ihn da sein was ist wenn du speichern willst muss ich gar nicht weil ich eh wieder von neu anfangen muss doch aber du musst auch speichern sonst hast du das Zeugste gar nicht mehr habe ich auch nicht aber ich egal aber wir sind ja mal helfen hier sind auch viele ich zeig dir dafür wo die Tür ist ich will und zwar jede Menge jede Menge eingeboren gleichfalls weg hab ich ja gesagt ohne jetzt kommst du noch an jetzt kommt schon nicht mehr durch die Tür wollen nur noch durch die Tür shit ne hier komm ich schon noch durch die Tür ne ah shit ich bin die Tür los ha 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 siehste wo bist du äh ah jo oh speichern essen speichern warte ich muss mal kurz nen Schnitt machen go so hier sind wir auch schon wieder hier mal weiter Bäume fällen diese scheiß Türe ich mache ich fack jetzt diese Base ab wie schon mal erwähnt nö dort ist ähm ey ähm kannst du mir kurz helfen warte mal kurz ich bin hier was zu machen ne hör auf komm komm brenn an warum kann ich jetzt mein Feuer nicht anzünden uncool doch es brennt also die kleinen shelter die Fackeln ab vielleicht auch die Base wer weiß das werden wir gleich sehen ja dann haben wir keinen Unterschlupf mehr äh ey hast du mir noch ähm 3 Stickys ne hab ich nicht 3 Stickys ne hab ich nicht ich hab gerade alle fürs Feuer gebraucht aber ich hab 2 Bäumstämme 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 und steckern Städte auch das Tier hat immer hier bei mir ich hab es k von außen sieht man die türe von ihm nicht ja jetzt sieht man sie ich brauche auch nur noch ein paar Sticky ist habe ich keine man zieht auch durch nun es wird verknüpft die auch Vogel die Breis facken nicht aber der Vogel ja ich weiß es auch nicht die kleine Speicherhäuschen der die aus Blätter die Kammer damit anzünden auch die normalen Holz Speicherteiler ja die auch am liebsten auch noch ein bisschen holz ja und hier unten hat es viele die müssen wir holen drunter 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 ja ein war sollte ich gerade nehmen und ich dachte hey was ist denn jetzt los ja da war schnell noch oh ne eingeborene eingeborene packers vom Maus dort hinten müssen wir noch fertig bauen wir brauchen sie noch viermal nicht für was brauchen wir steine eine Aachen das war nicht hier in das wollte ich mich auch schon die ganze Zeit wir brauchen noch weist die Kieße habe ich können ja ich wusste ich ist so ich hab sie werden zu tun auch die bei der er und vor allem auch ein bisschen sehr wichtig da unten sie nur noch eingeborene eben du hast ja voll wie so zu gehen neben die aber ich okay dann let's go okay jetzt ist mein Inventor total schwarz Zeit wann ist das Inventarschwort? Keine Ahnung weil es dunkel ist Nene weiter vorne geht Lol Cool Äh So Ja hinten müssen wir noch fertig bauen mit den Bäumen Ich komm grad Ich baue hier grad noch ein Feuer hin Ah ein Big Fire Das braucht ja auch wieder Holz und Stickys von dem wir jetzt so viel haben Können wir suchen Gibt's hier irgendwie ganz keine mehr in dem Tate Forest Okay Pfeil Ding Das Käfig ist zugegangen obwohl nichts drin ist Toll vielleicht ist ein angeborener durchgelaufen Ne den hätte mal sollen die große Falle zuschnappen Okay go Haki 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 Energie ich gehe mal kurz was essen Ego ganz kurz abhauen Ah hier wie schnell hinter dir Eben Woll grad sag ich gehe mal ganz kurz abhauen Aber leider können wir hier noch nicht bleiben Da hinten schau mal hinter dem Stein Geh mal nach da hinten Ja ich sehe ich Kannst du mal alles anschauen wie es später werden soll Viele eingeborene können hier noch durch Na wegen dem müssen wir bauen Aber die kommen nicht rein die sind zu dumm dafür 14 Stickys Ah ok June Ist immer noch besser wie 2000 3000 waren es Oder 3000 Noch schlimmer So eingeschlammisiert Eingeschlammisiert Ja Das habe ich vorhin gesagt Genau Ja dann denken wir war es das mit der Folge heute von The Forest Wir hoffen es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat dann abonniert uns doch Wir würden uns sehr sehr freuen Und jo dann sag ich mal tschüss bis zur nächsten Folge von The Forest Tschüss Tschüss